Wir sind The Rising Lights. Ich spiele Drums by The Rising Lights. Dennis hier von The Rising Lights. Hi, ich bin der Simeon und ich spiele Drums by The Rising Lights. Wir freuen uns riesig. Wir drehen ein super geiles Musikvideo. Wir sind hier gleich im Studio und machen noch neue Fotos. Heute Abend spielen wir auf einem Rooftop. Ich freue mich natürlich riesig da zu spielen. Blick über ganz Berlin. Ja, es ist eine riesige Sache. Ich bin Jumin, ich spiele Bass. Wir filmen von ganz Berlin, fahren mit dem Bus umher, haben einen Rooftop. Dort performen wir als Fan. Es wird super. Jetzt hatten die Jungs gerade ein Shooting. Der ist Cover. Der ist Single. Das wir heute Abend auch dann visualisieren werden. Dann fahren wir ins Hotel. Kurz Pause. Heute Abend geht's dann los auf dem Rooftop mit der Bett. Unser erstes Musikvideo war auch auf einem Dach, aber in Zürich. Von dem her, das sind bekannte Vibes. Damals hat's geschwittet wie aus Eimern. Wir hoffen, dass das heute hält. Dennis hier. Erstes Mal in Berlin. Schon mal geil. Heute Morgen Fotoshooting. Jetzt alles bereit machen für das Videoshooting. Also gleichzeitig Zeit ziehen, bisschen Kultur kennenlernen, bisschen Video drehen. Riesen-Crew am Start. Und ja, ich bin gespannt, wie lange es geht. Geplant ist bis 5 Uhr morgens. Aber ich glaube, bis dann haben wir sicher alles im Kasten. Das Tolle ist ja, das hätte er gemacht heute Regie. Genau. Ich überreiche dir das heilige Regie-Zepter. Viel Spaß damit. Ciao, Kakao. Mein Team sagt immer, ich würde nichts anfassen. Jetzt werde ich hier drei Koffer von A nach B schieben. Dann haben wir das. Haken dran. Also wir haben uns hier quasi einen eigenen Mond gebaut. Weil wir warten noch kurz, bis die Sonne weg ist. Und dann wird es hoffentlich super werden. Es ist gar nicht kalt. Wir haben April. Wir haben auf warmes Wetter gehofft. Aber Berlin ist scheiße kalt. Wir sind hier in Nordland-Märkte. Aber es ist geil. Ich glaube, wir haben eine polemische Verschüsse. Genau. Ruhe, wir drehen. Michel! Können wir laufen? Geben wir aufs Set. Wir sind gleich raus. Wir trenen. Wir sind gleich raus. Wir sind hier. Wir sind einer gegenehm得un. Ich bin hier đấy. Wir sind ganz amber. Wir haben uns aspects angeln. Nein! Ist ja kalt. Untertitelung. BR 2018 Aus, ein, hängen, Rooftop abgedreht. Was passiert als nächstes? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Fast fertig. Also ich würde sagen, die Band macht das ganz schön gut. Das stimmt. Das sind halt rohe Diamanten. Die lassen sich gut schleifen bisher. Jetzt ist der Rooftop abgedreht. Und jetzt geht es dann in den Bus. Wir sind hier gleich bei der Oberbaumbrücke. Wir haben einen super nice Partybus. Und wir werden da jetzt gleich den nächsten Teil von unserem Musikvideo drehen. So, Kinder, jetzt ein bisschen ernst. Ich weiß, er stinkt, aber das ist kein Grund, vielleicht zu weinen. Genau, dann reagierst du so an und dann denkst du dir so, na, komm, lässt du sie mal in Ruhe. Aber halt der Mitfühlende fickt die ganze Zeit. Das sieht sehr echt aus. Das ist so ähnlich. Ich habe dich gleich so gesehen. Ich habe gedacht, was für ein Hooligan ist denn da drüben? Hat schon ein bisschen Angst wegen der Sturmmaske. Dein Weg weg quasi, du bist gerade hier über die Straße gekommen und dann läufst du in die Richtung, entdeckst die Jungs da drüben. So einen kurzen, ja genau, so einen kurzen, ja genau so einer. Der ist schön, genau. Genau, perfekt. Genau sowas. Das war ein Überzweichern, das würde ich kaum. Danke, Herr Neuschlecki. Tolle Abend, ich. Großartig, merci beaucoup. So, und Anelia entdecken. Ja, das hätten wir drehen müssen. Das ist ja ein Schauspieler verlor gegangen. Auf einer Skala von 1 bis 10, ja, kalt. Gut, Kinder, wir haben es geschafft. Dreh sich los. Abgelegt. Wir haben, was haben wir? 5 Uhr morgens. Schöne 5, Sonne geht schon bald wieder auf. War ein harter Tag, aber es kommt so geil. Richtig viel erlebt, ganz Berlin gesehen, bei Nacht. Genau, jetzt ab in die Haier. Gute Nacht oder guten Morgen, wenn man fängt.